mit mehr roten Zeug links gut ideellig zu machen okay irgendwas hatte ich gerade verletzt nicht oder war vorher noch nicht offen gewesen ich bin zu so was kann ich nie so vieles machen was drehen bisschen der wüchse gedönsdingens du hast dieses glas blut nicht wahr ich würde der feuer genau scheinbar aufgenommen tunik um die vollständig jetzt vielleicht da rein nein ich glaube da muss andere sein plus was nichts da ist weil ich aber auswählen hitze strömt aus dem fach ja es gibt es hier so hitzartige dass sie vielleicht die idee aber auch die idee noch eine blöde idee wäre mich zu fragen ich weiß es nicht ja das habe ich mir auch schon gedacht ich bin ratlos ich glaube ich brauche hier kohle jetzt sind wir ganz doof geraten das sieht so richtig cool aus oder doch kein schlechtes bisschen aber warte mal ich dachte da hinten wäre was kann ich das wieder mitnehmen nein hm vielleicht will ich nö mal nö sich nö k Achso Hmmmm Geh erst mal wieder aus dem Raum raus und geh erst wieder zu Agrippa Vielleicht kann er uns ein paar Tipps geben Hallo Ich sehe, dass ich dich verloren habe! Der Kastel trommelt und ich konnte, dass der Kanzler kollapsiert! Der Laboratorie könnte jetzt auch accessibel werden! Was machst du denn? Was machst du denn? Was machst du denn? Oh, das war vorher noch nicht da gewesen Denk mal, das weißt du auch Das hätte jetzt sogar ich bemerkt, dass das vorher noch nicht da war Ja, so weißt du nicht Oh, eine Knochen-Säge? Oh, schön Vielleicht will ich wieder foltern gehen Ohne Druck Ja, wahrscheinlich Die wollte ich nicht Geh auf da Hä Er wirft ne K... also ne Nicht mit Gewalt! Das musst du mit Gefühl machen So... Äh... mit nem Stein vielleicht? Nein... nicht nen Stein gegen die Tür werfen Die arme Tür Oh Mann Oh Mann Es funktioniert nicht Warte mal, hier ist etwas Zu öffnen Äh... ich hab echt keine Idee Trolls Trolls Ne Ich mach dieses Spiel für seine Rätsel nicht Wie viele Sachen willst du noch gegen die Tür werfen? Ich hab keine Ahnung Du hast doch vorher noch irgendwann einen Schlüssel aufgehoben Für was hast du denn den nochmal gebraucht? Für eine anderes Für ein anderes Hier, damit ich aus dem Gefängnis rauskam Ah ja genau Blöd Ich hab nicht mehr Nicht viele Orbs Die manchmal Die sich selbst Oder Die 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 Was machst du denn? Die Zeit ist langsamer. Schade. Da war ich ein Graf Mann und durfte zu verstehen, was ich nicht. Er erneut die Begründung der Carbon-Tempel und gesammelt die gesamte Collection Halle. Ich guck mal nach was es da gibt. Och lass mich mal hier durch. Hast du ne Idee was ich jetzt machen muss? In dem Moment bin ich wirklich ratlos. Da... nein da ist nix. Da oben auch nicht. Boah ich bin ein richtiger Ölverschänder. Aber jetzt... Ich benutze all meine Sprache nur um zu bleiben. Das passiert nichts. Mein Pupil Johan Pappel... ... sagte, du hast einen Weg, um zu nehmen... ... und zu nehmen... ... aber... ... ich glaube ich auch. Und jetzt... ... alles, was ich mache... ... ist verletzt. ... ich kann nicht mehr rausgehen. Okay, wir nochmal zurück. Oh, ein Hammer. Die nimmt man eben mit. Äh... ja... ähm... okay sieht aus wie ein egal ich glaube ich habe was in diesem einen Raum übersehen zwar ein Eimer und wenn ich das echt getan habe dann lache ich mich schlapp weil ich glaube ich das Spiel nicht mehr beenden in welchem Raum war das nochmal das war der Raum gewesen wo ich weggrande also äh ne wirklich bevor ich weggrande bin also bei den Gefängniszellen und da drin war irgendwo ein Eimer und den Eimer bräuchtest du dann für was wahrscheinlich um hier sag schon ähm okay weil ich es freil mich auch gerade so ja ich denke sie sind auch wieder ja mannig wird so aus wie kohle oder so weil Brust Öl und Feuer das reicht doch da wird nicht aufsteht oder steht ganz drauf äh ja da das確 was vielleicht ich glaube nicht nein mach ich nicht brauchst du n Stein rein gezogen So ein Erhitzenstein wegen der Flamme, die ich jetzt gerade eben ausgemacht habe. Ach so. Vielleicht hier irgendwas. Was bringt das Ding überhaupt? Scheißen Dreck. Anscheinend gar nichts. Ja, aber da willst du doch nicht stehen. Du kannst doch nicht interagieren. Also musst du doch ein Mussel wirken. Da ist doch ein Bunsenbrenner, nicht? Da daneben, neben dem Dingskirchen, das nichts bringt. Das hier. Nein, das andere. Auf dem anderen Tisch. Nochmal an. Ja, da. Da links daneben. Da. Das Ding da. Kannst du das nicht nehmen? Nein, ich kann das machen, wie du siehst. Gay. Auf keinster Weise benutzen, interagieren, whatever. Nimm den Stuhl, klemm ihn unter die Tür und dann tut die Tür auch nix mehr. Welche Tür? Die, die du nie aufbekommst. Nein, du rennst jetzt nicht den ganzen Weg mit einem Stuhl zurück. Okay, du rennst doch den ganzen Weg mit einem Stuhl zurück. Du rennst doch den ganzen Weg mit einem Stuhl zurück und gib mir eine zweite Chance. Aber so sinnvoll. Wenn das jetzt funktioniert, ey. Schade. Wenn das jetzt funktioniert, ich hätte mich schlapp gelacht. Der hätte wirklich nichts mehr erstrecken können. Noch ein Stein. Du bist ein guter Junge. Und ich empfehle dich, Kanko. Aber das macht, dass du mehr wichtiges Sachen hast. Hm. Wow, jetzt sind zwei Steine drin. Mann, nehmt auch nicht. Die Maschine will irgendwas Warmes, oder wie? War da oben noch nicht was? Ich glaube nicht. Aua, scheiß Schleim. Ja, der scheiß Schleim macht Schaden. Das hast du aber sicher auch schon gemerkt. Ja. Schon einige Male. Schön, dass du aus dem. Hm. Nom, nom, nom. Wie appetitlich. Was, hier ist, weil, hier ist gut. Was soll ich hier? Hm. Oh. Was ist hier immer geil zu früh, stimmt? Oh, ich hab die Zitterbox übersehen. Und die hast du jetzt echt nicht angebracht. Oh, hüppisch. Aua. Mann. Laudano. Die wird jetzt dein ganzes Spiel entscheiden, wahrscheinlich. Das wird... Da hab ich da noch was zurückgehen. Magst du nicht gerade da, wie das zurückzugehen, aber naja. Da hängt ja nichts dran an dem Seil, bringt ja nicht wirklich viel, wenn du es jetzt runterlässt. Wenn du irgendwas da anschnappst, dann vielleicht ja. Jetzt hängt gleich ein Fisch dran oder so. Ja. Oh, schade. Es plätschert da unten aber was. Hm. Also das zurückgehen wir ganz sicher nicht. Also ganz zurück. Der Stein sieht irgendwie schwarz aus.